Oh shit! Oh! Nein! Mama! Hilfe! Juhu! Ach nö! Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 Online mit mir dem Sellable und natürlich wieder mit dem Black Dragon LP Der nicht hackt Der nicht hackt und natürlich sind wieder die zwei Leute dabei die mich gestern bei der letzten Folge ausgesetzt haben Sadistisch! Jaaa! Ich schnapp mir den Kuruma, ne? Weil wir spielen jetzt Pacific Standard Convoy Oh mit Kuruma, guck mal was für ne Maske ich hab Den guten alten blutigen Sackschlitzer Ich hol meine Lieblingsmaske Ne, nimm sadistisch Mach auch sadistisch Nein, ich will die Papiertüte Ich bleib mal sadistisch, Alter Die Papiertüte ist immer noch das geilste Ne, du sagst Schlitzer Hahahaha Hey, aber diesmal könnt ihr mich glaub gar nicht aussetzen, ne? Ne Ehh 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 Wann hattest du den mal? Ja, ich kann nicht mal mehr fahren. Wann konntest du das mal? Hahaha. Hahaha. Oh, das zieh ich unter die Gürtellinie. Unter die Gürtellinie dürfen nur Frauen. Und ich? Du bist... Doch du darfst auch unter die Gürtellinie. Ah ja. So, aufpassen, jetzt kommt mein Mega-Stunt. Ich brauche Stunten. Wie perfekt ich lande. Doch nicht. Warum nicht? Ich bin wahrscheinlich. Ich stunde anders. Hahaha. Und ich kann wenigstens perfekt landen. Diss mich nicht. Wisse, ich bin sogar mit meinem zweiten Sprung, der ungewollt war, richtig gelandet. Hahaha. Ich habe mich nicht überschlagen und bin nur in der Luft rumgeeiert. Höhöhöhöhöhöhöhöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Aber ein Vorteil hat es, wenn du dir den Sack rasierst. Der da wäre. Der sieht dann größer aus. Kannst du mit dem Schwanz auch machen. Ja, das stimmt. Weil es gibt ja Leute, die stehen auf sowas, die natürlich ist. Wenn da so ein Urwaltwandel reinhängt. Boah, wo habe ich das gehört? Ach, komm. Dabei leg dich nicht mit Sohan an, wer den größten Busch hat. Hab dich fast. Oh, bei South Park war doch auch sowas. Mit dem Busch. Ja, wo Badd das so übel abgegangen ist. Habt ihr den Busch gesehen? Der war riesig. Da geht ja voll geil drauf. Und dann stand da. Wo die auch sechssüchtig waren. Genau, und dann stehen die ja noch. Da steht Badd das so vor dem Busch. Genau so sah der aus. Ja. Und Kenny den super Orgasmus hatte. Im Batman-Costüm. Oh, ich hab's überlebt. Oh, ich hab's überlebt. So muss sein. Bin ich mit dem Auto ins Wasser gerutscht. Wie geskillt ich bin. Ja, ich hab dich ja gerade nur so ein bisschen gerettet. Wer hat mich gerettet? Das wollte ich gerade sagen. Wir sind gerattet. Boah, woher war das nochmal? Spongebob. Genau. Wo er einen Pionier gemacht hat. Genau. Pizzaauslieferung. Ja, stimmt. Oh shit. Oh. Nein, Mama, Hilfe! Wuhuuu! Ach nö. Nein, Mama. Ich glaube, die Jungs haben was gegen mich. Ja, die lieben dich alle. So wie ich immer. Zuerst werde ich ausgesetzt. Dann wollen sie, dass ich ertrinke. Damit gesniped. Ja, ich muss erstmal wieder zur Brücke kommen. Ich wäre fast ins Wasser geflogen. Das war so einfach. Als vor das Intro klatschen so. Das mach ich auch. Oh nein, oh nein! Wuhuu! Ja, ja. Ich hab mein Handy weggesniped. Du bist voll der Tier. Nein! Nein! Fahr nicht an mein Auto! Nein! 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 ne? Alter, was ging jetzt ab? Alter, hast du gerade gesehen, wie der scheißen Surge mit dem Geschütz weggerotzt ist. Da liegt jetzt im Wasser. Toll. Toll, toll gemacht. Ich weiß nicht. Alter. Ja, stimmt, jeder mit dem Drohenspiel. Jetzt komme ich mit zum Hinterhalt. Dann halt. Hinter uns sind immer gut. Aua! Den Kratzer bezahlst du mir aber. So. Ach du willst abhaken, dann packe ich da. Nein, nein, nein. Hilfe. Hilfe, ich häng. Ja, da kannst du kurz mein Auto anstoßen. Bitte. Am Schluss hänge ich selbst da unten. Ich komme hier nicht mehr raus. Heute habe ich versuchen zu treten. Doch, jetzt, 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 jetzt. Da kommt der Heli. Ich bin wieder da. Kommt sogar noch ein zweiter schon. Heute haben sie schon abgeschießt. Wiederholt. Minuten, lasst euch bitte. Komm, Schnuggi. Schnimm-Schmied. Dankeschön. Oh, da kommt sie schon. Nein! Nein. Ey, wie viel halten die aus? Fährst du vor, oder? Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Ah, da ist er wieder. Du warst gerade weg, ich habe dich nicht mehr gehört. Aber der ist doof. Ne, mein Internet ist doof. Meins auch. Ich habe hier die scheiß Leitung. Ich bin ganz geschützt. Ja, ich bin ganz geschützt. Jemand muss mich fahren. Ja, warte, ich komme raus. Schnell, Panzerung. So, auf geht's. Jetzt machen wir es. Jetzt halt. Nein. Alter, Alter. Nein. Boah. Du bist runtergefallen. Du bist runtergefallen. Schnell, steig wieder auf, da kommt einer. Ich bin gerade dabei. Steig. Schnell. Jetzt wieder dran. Easy. Er dragged und so. Jetzt müssen wir aber Gas geben. Ich habe jetzt eine Ausrede, deine scheiß Fahrweise. Aber denn, dass du mich jetzt auch aussetzen tust. Denn. Soll ich dann geschützt spielen? Hinter uns. Dann halt. Ich bin fast wieder tot. Beigeschießt. Beigeschießt. Ah, das ist der Leonardo-Dingens da. Ja. Töte ihn. Hey. Friendly Fire habe ich. Ich glaube, der fährt gerade das Auto. Was macht denn der jetzt? Die Mission ist vorbei. Ja, geschossen. Ja. Ja. Die Mission ist vorbei. Der schon brennt. Allein wenn der brennt, schlacht. Der wird explodieren. Ich weiß nicht. Ja, ja. Jetzt quittet einer. 100 pro. Ich weiß nicht. Was passiert? War mir klar. War klar. War klar. Wahrscheinlich war das der Erfolg, der es selbst gemacht hat. Ja. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ein paar Fails war ja meinerseits drin. Wenn ja, wisst ihr Bescheid und schaut auch beim netten Black Dragon vorbei. Haut's rein und ciao, ciao.